Hallo, Willkommen zurück bei Planet Coaster. So, wir betreten mal wieder diesen Park. Ich liebe dieses Spiel. Na komm. Deh, 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 deh. Also doch. Halleluja. Okay. So, wir haben das letzte Mal dieses Haus da gebaut. Dieses Haus, das kunterbunte Haus. Kein Äffchen und kein Pferd sind hier in dem Haus drin. Oh Gott, ich würde lieber auch zu singen. So. Gebäudeteile, was haben wir denn hier alles? Der blaue Planet Coaster Tür haben wir hier. Balkon aus Metall. Ja, das brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir nicht. Ne, ne. Weg, 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 weg. So. Können wir mal nochmal eine Achterbahn bauen, oder? Moment, ich muss mal hier kurz mein Mikro runter tun. Sonst sehe ich nicht, was ich hier tue. Ähm. Psycholar. Psycholar. Starwil. Voll wenig Zeug hier. Ich wäre es lieber, wenn es hier noch ein paar und ein bisschen mehr gibt. Hier kann man Wasser machen, aber das gibt es doch nicht, leider. Ach so, okay. Anstreichen, das will ich nicht. Meißel, Ebenen zur Oberfläche. Kletten, Kletten, Vertiefen, Erhöhen, Ebenen zum Grund. Ne, nein. Lassen wir es mal. Toiletten, Toiletten, Essensstand, Getränke. Können ein paar Getränke da hinten hin machen. Dahin zum Beispiel. Tränke und Essen. Hallo? Was ist jetzt los? Wie geht's nicht? Hallo? Warum sind jetzt diese Kallen da? Ich sehe es gar nicht. Wie gehe ich denn die Kacheln weg? Ach so. So. Gleich daneben. Ich muss einfach nur auf Abschließen drücken. So, Toiletten, Toiletten. Premium. Besonders gutes Essen. Aha. Mit einem Restaurant vielleicht noch. Restaurant. Gutstand. Das ist auch alles mal in einem. Und dann vielleicht noch Toiletten. Sunstein-Toiletten. Ne, das wollte ich nicht. Hallo? Genau. Alles Chlor. Ist das schon offen? Ist das Zeug? Sag ich schon, ne? Boah, guck mal. Ist ja gerade beleuchtet. Hallo. Hallo. Ist ja lustig. Da sieht man die Hüte. Die ganzen Kronen, Cabbys und Piratenhüte. Hier auch. Ist ja lustig. Was sind die Toiletten? Und da drüben? Was da? Gar nichts. Hier sind die Getränke. Ist cool, dass hier auch Musik läuft, ne? So, und was macht das dieser Brun da? Gar nichts, oder was? Hm. Was weiß ich. Steht halt einfach nur so da. Bambus-Fackel. Warte mal, warte mal. Pflanzen-Natur. Busch mit weißen Blüten. Busch mit roten Blättern, mit gelben Blüten. Machen wir das doch. So. Wunderbar. Sonstiges. Straßenlampe. Bambus-Fackel. Genau. Hm. Sieht ja ein bisschen komisch aus, ne? Wal-Knochen-Laternen-Bogen. Ah, das ist besser. Warte mal kurz. Machen wir das weg. Machen wir hier mal den Wal-Fisch hin. Einmal und zweimal. Haha. Das ist gut. Das ist gut. Schädel auf Fels. Oh Gott, du zügig. Sieht das aus? Haha. Warte mal, warte mal. Geht das vielleicht? Probier mal was aus. So hinstellen. Jetzt innen drin Licht reinmachen. So rotes Licht. Wo war denn das? Äh, wo war denn das? Bilder, Pflanzen, ne, ne. Das war hier irgendwo. Ja, genau. Rotes Licht reinmachen. Ha. Genau. Einmal. Und hierhin auch. Zack. Schauen wir mal, wie es aussieht. Hoho. Wir sind geil aus. Ha, 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 ha. Okay. Hat so was schönes Rotes, ne. Wenn man da vorbeigeht, ne, dann kriegt man echt Angst. Ja, es hat was. Ah, das passt. Das passt. Okay. Was? Schwemmholz. Schwemmholzast. Nee, das brauchen wir nicht. Eine Schiffsstatue haben wir hier. Okay. Hier haben wir einen Anker, Campingplatz. Flaschenzug. Tut er was? Blöden. Holzleiter lang. Vier Meter, zwei Meter. Willst du in der Glockenturm? Macht's bling bling? Nein, kann nicht. Die Kran. Macht der was? Auch nicht. Ich hoffe, hier kann man mal ein Lagerfeil machen. Das ist schön. Das gefällt mir. Okay. Also so sieht jetzt mein Park aus. Noch ganz einsam. Es fehlen einfach noch ein paar Sachen, ne. Also, ich möchte auch mal viele, viele Achterbahnen, ne, nie Achterbahnen, aber hier Ding. Weil Wasserbahnen und so, wo sind die? Gibt's ja auch nicht. Hm. Genauso wie bei Rollercrosser gibt's auch keine Wassergeschäfte. Verkaufsstände ist bald verfügbar. Okay. Baupläne ist auch bald verfügbar. Ah, da bin ich mal gespannt. Fahrgeschäfte, Transportbahnen. Wahrscheinlich auch bald verfügbar. Parkverwaltung ist auch bald verfügbar. Okay, also da kommt noch sehr viel. Bin mal gespannt, wann das kommt. Aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es eigentlich kommt. Ich möchte jetzt eigentlich nicht hier wieder das Gleiche hinbauen, wie ich da vorne schon hab. Ist doch blöd. Hm. Also das ist mir schon mal gut gelungen. Ach du Scheiße. Boah, füßt jetzt mal an. Hoho. Die wollen's echt wissen. Tschüss. Kommt gut an. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hallo, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen so? Hallo. Das sieht wieder aus wie der... Anders als wie der andere. Huh. Das ist voll cool, ist das. Das ist das war scheißer Bruder. Nur ein bisschen schokoladiger als er. Er ist die weiße Schokolade, er die dunkle. Nein. Wir wollen jetzt hier keine rassistischen Witze jetzt hier ablassen. Macht man nicht. Aber... Ist ja irgendwie lustig. Okay. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ähm. Was ist denn hier? Ein Achterball mit dem breiten, bodenlosen Wagen, welcher vertikal in die Tiefe stürzt. Kommen eigentlich auch mal, ähm, so ein vorgemachtem Modelle? Würde mich auch mal interessieren. Hier gibt's dann leider noch keine Bänke, oder? Gibt's ja Bänke? Nee. Keine Bänke. Auch komisch. Was ist das hier eigentlich? Hier, FSX. Special Effect Feuer groß. Feuer mit dir. Feuer wenig, Flammenwerfer. Oh Gott. Funken. Gunfett geh. Rauch. Aha. Seifenblasen. Hey, Seifenblasen, das ist cool. Das können wir hier hinmachen. Soll das hier Wasser sein? Man weiß es nicht. Seifenblasen. Warum darf das mal da hin? Das ist schön. Und natürlich hier. Jetzt werden sie eingesaunt. So. Haha. Alles gut. Ach, der Scheiße. Ja, das macht nix. Das macht überhaupt nix. Da war noch was mit Wasser, oder? Oder hab ich mich geirrt? Ne, ich glaub, das war alles. Na gut. Lassen wir mal den Spaß. Gut. Wir bauen das jetzt mal nochmal. Ne, das hab ich schon. Es gibt ja nichts anderes, ne? Das hab ich ja alles schon. Warte mal, warte mal, warte mal. Victory. Hab ich das schon? Haben wir schon. Leider. Pflanzen, haben wir schon gebaut. Schilder haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ich noch bauen kann. Ansonsten bin ich noch ratlos. Wo man hier nicht viel machen kann, noch. Es fehlt halt noch sehr viel, ne? Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ich bauen kann. Wenn nicht, dann warte ich einfach, bis das Update rauskommt mit der nächsten Folge. Wenn ihr nichts schreibt. Und dann mach ich dann auf jeden Fall weiter, ne? Weil, ist ja blöd, wenn ich hier dauernd das gleiche bauen muss, ne? Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Planet Coaster. Nicht vergessen, Kommentare. Bis dann. Tschüss. Tschüss.